Da nehme ich jetzt wieder mit Display Recorder auf. Oder ja, ich nehme jetzt mit Display Recorder auf. Geht das? Uh. Und da ist dann nichts so, dass es manchmal so, dass am Spiel so ein bisschen ineinander verschwimmt oder so, weil da war ja es da teilweise echt extrem. Das hat mich auch ein bisschen genervt, wenn ich mal selber reingeschaut hatte. Ja, jetzt ist vielleicht die Grafiken ein bisschen schlechter von der Qualität her. Also, man kann nicht alles haben. Also, ich würde mir ein iPad kaufen. Ja, Spinnen, jederzeit erwünscht. Fanpost könnt ihr euch in den Kommentaren melden. Ähm. Wie viele Blöcke sind denn das denn? Ja, es liegen jetzt auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Hier ist es ungefähr passend. Weil ich möchte jetzt nicht rausbauen, weil es sonst sieht jetzt von außen ziemlich schäbig aus. Und ich müsste mal Clean Stone machen, was jetzt aber auch geht. Also nur halb so wild. Wäre nicht der absolute Unterkampf. Oh Mann, hier ist das jetzt wirklich auch reiner Stein hier drin. Und nicht, dass jetzt nur Gravel oder so da reinfällt. Hm. Gar nicht so einfach hier mal den Überblick zu behalten. Dann können wir auch gleich mal eine Tür reinmachen. Das sieht noch nicht ganz so schön aus. Ich mache mal kurz einen Weg nach oben hin. Wir haben ja ein bisschen Erde. Chip, chip. War das jetzt sinnvoll? Ja. Können wir dann später auch noch mit schönen Stufen machen. So richtig bonzig mit Clean Stone Stufen. Da springt man hin und wieder so. Aber sonst könnte man ja das hier vollkommen vergessen, wenn man immer so, so erst hier in die Mitte und dann nach oben drücken müsste. Ist schon gut gelöst. Halb bisschen Buggy, aber gut. Sonst müsste man halt irgendwie das Springen hier auf die rechte Seite oder so legen, dass man mit zwei Fingern arbeiten müsste. Ah, mein Verbot. Ah, scheiße, jetzt kommt der Stein. Sieht noch nicht so optimal alles aus. Aber eben mal provisorisch ein Anfang. Ist ja noch unser zweiter Tag jetzt erst. Müsste auch gleich wieder... Ah, nein, da muss nichts rein. Müsste auch schon bald wieder Nacht werden. Also, hier jetzt mal Erde rein. Und sind wir schon bald unten? Sind wir bald da? Ah, wunderbar schön. Alter, ist das Haus hoch. Gar nicht so aufgefallen von unten. Wir haben mal gerade die Hand ein bisschen ausstrecken. Ich glaube, der wird schon wieder etwas vor. Und der iPod ohne, da wird es schon dunkel. Ich habe ja Angst. Wo machen wir das mal hin? Hier ins Action. Kein Formatze. Müssen wir uns dann auf 9 machen. Ist ja fies. Den habe ich doch echt abgebaut. Also da habt ihr doch einen Videobeweis. Geht ja gar nicht. Also, was machen wir denn jetzt hier drin? Ich hätte ein bisschen Kohle. Aber was soll ich denn schmelzen? Machen wir mal noch ein paar Fackeln. Jo. Die nochmal weg hier. Dann kann ich mich mal ein bisschen weiter. Warte mal, ich habe noch ein bisschen Holz. Dann mache ich mir gleich mal hier ein paar Türen. Kann man die stacken? Schade. Wäre ja auch zu schön. Und noch das Schwert ausrüsten. Im Notfall will man ja gerüstet sein. Ja, sehr schön. Wunderbar. Gibt es schon Pressure Blades? Ich denke, nein, weniger. Ähm, Half Steps. Sogar schon Ziegel Half Steps. Heißer Scheiß. Ich dachte gerade, das wäre... Ah, doch Lapis. Gibt es etwa schon Lapis zu meinen? Sollte man meinen? Hohoho, der Witz des Jahrhunderts. Ja, Bowl kann man auch schon machen. Also hier von Mushroom Stew. Abbringt ja nichts. Ja, man kann es ja noch gar nicht essen, oder? Wahrscheinlich kann man es noch nicht mal craften, die Mushroom Stew. Block of Diamond. Wenn wir da mit einem Haus bauen, dann war ich gut. Ja, aber ich denke mal, das wird so unter 500 Folgen nicht gehen. Das würden wir ab jetzt zu uns zwei Stacks Holz meinen und einfach nur noch untotal gearbeiten. Was ja auch hochspannend wäre für ein Let's Play. Ja, so geht es jetzt mal weiter. Geht es da jetzt schon raus? Na gut. Na scheiße, muss ich jetzt alles dann ausbessern? Gefällt mir auch noch nicht so gut. Und ich höre einen Zombie. Was ich auch blöd finde, dass immer noch kein... Ähm... ...Wir jetzt... ...Bett gemacht haben. ...Bett ist ja so eine Sache, wo doch in Minecraft einigermaßen früh dazukommen. Also im richtigen... Ich glaube, dass du in 1.3 warst. Ja, ja, 1.3 kommt hin. Und wir nehmen schon bald eine halbe Stunde. Stunde, vor allem Stunde. Ach, ist das nicht ein schönes Haus? Hier möchte ich glatt leben. Gib mir den Mietvertrag. Ich ziehe ein. Naja, weiter geht's. Für unseren fröhlichen Bauarbeitern. Als je, wenn es die ersten NPC-Dirver in der Pocket Edition gibt. Ich denke mal, das dauert noch eine Weile. Ich kann nicht mal froh sein, wenn es dann erstmal mit Essen und so losgeht, dass man essen muss und so. Scheiß hab ich noch reingekramen. Ja, es gibt noch keine Creeper. Von dem ist egal, welches Material man verwendet. Auch eigentlich gut, dass man keine Creeper gibt. Ansonsten hätte ich die letzte Nacht nicht so gut bestanden. Also wenn sie Creeper einführen, dann sollten sie auch Betten einführen. Das heißt ja, da oben geht's jetzt schon raus. Ich hab mir mal den Berg von außen anschauen müssen. Und auf mal der Target kommt. Das ist auch ein bisschen blöd, dass man einfach nicht die Sonne oder den Mond an Nacht sehen kann. Und daran kann man sich ja ganz gut orientieren. Mal ein bisschen die Stellung ändern. Ja, Stellung ändern, hoho. Ähm, was mach ich denn? Könnte hier mal ein bisschen jetzt... Ähm, das müssen wir da mal drauf drücken oder was? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kotzt ja gleich wieder richtig an. Puh, muss ich wussten. Fast. Doch nicht. Ja, da stand drin beim Patch-Log, dass es oft passieren kann, dass es abschmiert und sagt mir jetzt nicht, dass die ganzen Ressourcen weg sind. Ey, willst du mich verarschen? Ja, damit wissen wir jetzt Leben. Ich glaub mal, dann arbeite ich erstmal. Ja, vorerst mal ohne den Furnace, weil sonst verlieren wir da jetzt unsere ganzen Rohstoffe. Und ja, der Tag kommt drin. Also unser heutiges Tagesziel, wie sieht das von hinten aus? Hier schön was in der Nähe. Was ich auch ziemlich cool finde, ist der Feldbau in Minecraft. Kriegt da jemand Tages-Damage? Opfer. Okay, es geht so runter. Zombie-Pouchy. Wird noch ein... Ja, es geht auf der anderen Seite so runter. Okay. Holz-Technisch sieht das eher schlecht aus. Hm, hab ich eine Axt gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Der Alzheimer lässt grüßen. Schon mit 14. Ich glaube, es soll ja auch ein bisschen eine wissenschaftliche Studie sein. Oder ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, dass Alzheimer, oder ja, durch so Computerspiele und so, auch Alzheimer vorgerufen, oder früheres Alzheimer vorgerufen werden kann. Ja, es sind tolle Neue-Karten, muss man schon sagen. Ja, ich glaube, aus der Welt hier lässt sich was machen. Mit ganz viel Terraforming. Könnt ihr auch sehr spannende Minecraft-Let's-Play-Parts machen. Ah, ja, gefasst machen. Ja. Aber erstmal geht's dann später mal unter Tage. Schau ich mal, dass ich so ne Mine runterbaue. So üblich, dass man so nen Weg runterbaut. Vielleicht auch mit Stufen mal ausschmecken. Braucht man eben auch Holz und ganze Werkzeuge dazu. Wird ein bisschen stressig. Sterb. Sollten wir mal gleich anfangen, weiter hier Bäume zu pflanzen. Dass wir nicht so Kilometer weit laufen lassen. Ja, so passt das mal. Äh, jetzt machen wir jetzt erstmal weiter. Soll ich jetzt schon mal anfangen, hier Stufen hinzumachen? Könnte man eigentlich. So, ich tendiere schon zu Steinstufen. Die werden wir da ein bisschen leben. Wie viel können wir denn das rüberbringen? Ja, komm. Jetzt vielleicht mal ein bisschen zählen können, aber naja. Fangen wir von unten an. Sieht schon lustig aus. Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp. Da habe ich gerade irgendwie kein Sound mehr. Da hat gerade mein Handy vibriert. Naja. Muss warten. ich habe gerade überlegt, ob ich keinen Sound mehr höre. Irgendwas los wäre wieder. Immer nur Probleme. Probleme über Probleme. Ach, da kommen sie schon wieder, die Probleme. Was hat es jetzt gedroppt? Ich glaube, es war ein Couple. Ähm, okay, ich habe 16. Ja, Dropped Couple Stone. Naja. So war es ja auch am Anfang noch. Und hier kommt auch Couple Stone rein. Mann, willst mich euch verarschen? Den Finish werde ich jetzt erstmal nicht so oft gebrauchen werden. Hoffen wir, da kommt schnell ein Update, dass das ein bisschen besser wird. Hier, Kohle bräuchten wir mal wirklich. Ja, an der Seite müssen wir das noch und alles ein bisschen abbauen. Da sehen wir dann auch die Bäume da brauchen, um zu wachsen. Jetzt mal gerade ein bisschen noch die Wälder kunden. Wie es hier so höhlenmäßig technisch aussieht. Ja, ich glaube, die gibt es noch nicht. Hier hört auch schon wieder die Welt auf. Ja, die ist nicht sehr groß. Ich glaube, die würde noch nicht erweitert, die Größe der Welt. Mal ein bisschen das Mikrofon ein bisschen näher zum Mund machen, damit ich auch ein bisschen lauter werde. Oder ich rede einfach lauter. Hm, mal sehen. Ja, das Problem ist ja, ich renne da mit Camtasia und da kann man nur 500% lauter machen. Hört sich zwar viel an, aber ich finde, das muss schon sein, mindestens die 500%, weil sonst wird es ziemlich leise. Da hat man mal vorhin gesagt, wo ich bei Modern Combat 2 live gemacht habe.